Freiburg mit dem langen Ball. Ciao, glaube ich. Stambuli war das. Und Rhein. Was ist das für eine Scheiße? Wie einfach ist das denn? Ganz ehrlich, unter den Gesichtspunkten Aydin rutscht ja auch Rhein. Eigentor, oder? Eigentor oder Böhler. Aber ganz im Ernst, das ist doch viel zu einfach. So ein hoher Ball. Ball, Ball auf außen. Hast frei, fertig. Komm, Fährmann, Ralle. Komm, Junge. Halt den. Halt den. Nein, Mann. 2-0 Freiburg. Scheiße, mich kotzt das an. 20 Minuten gespielt. Dann spielst du gegen Freiburg, die jetzt auch nicht ganz gut dem Vorsitzenden. Das ist jetzt typisch Schalke. Und du denkst, das geht mal bergauf. Ja, aber ich hatte zwar zwei Spiele. Wieder ein Ballverlust von Serdar. In mittelster 3-0. Da steht es 3-0, Leute. Alter Falter. Zehn, fünf Minuten gespielt, halb zur zwei noch nicht mal. Vier Minuten gespielt, schon 3-0. Serdar, ohne Scheiß. Das ist einfach nur schlimm. Einfach nur schlimm. Serdar, echt, der macht mich einfach fertig, der Typ. Wow. Da steht es 3-0. Traumtor. 4-0, sorry. Traumtor von Günther. Kannst du Schalke, natürlich, Schalke 0-4. Das 4 muss natürlich kommen. Fast schon Kopie vom dritten Tor von Günther. Aber da war der auch so komisch durchgestartet. Und dann da reingezogen. Dann gucke ich auf jeden Fall. So kommen. Goethe.